Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student im Kurs C2 Literatur zu Goethes Faust, die Szenenprolog im Himmel, wo der Herr zu Mephisto folgendes sagt. Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, so werd ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Blümchen grünt, dass Blut und Frucht die künftigen Jahre zieren. Bitte nehmen Sie zu diesen Zeilen Stellung und versuchen Sie diese Zeilen zu interpretieren und in moderne deutsche Prosa zu übertragen. Eine nicht einfache Aufgabe. Tschüss.